Morgen ist das schon der 1. Dezember und vielleicht bist du, Liebetruder, noch auf der Suche nach einem einfachen und simplen Adventskalender. Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich werde dir zeigen, wie du diesen ganz einfach anfertigen kannst. Der allererste Schritt ist natürlich wie folgt und zwar brauchen wir 24 solcher Fäustlinge. Falls du jetzt nicht weißt, wie das Ganze angefertigt wird, ich packe unten oder natürlich oben in das Video eine Verlinkung rein, sodass du das Ganze anschauen kannst, wie man diesen genau bastelt. Hast du 24 solcher Fäustlinge angefertigt, dann können wir jetzt im Video weitermachen und ich zeige dir, wie natürlich der Adventskalender gebastelt wird. Zuallererst brauchen wir alle 24 Fäustlinge. Als nächstes nehmen wir ein langes Geschenkband. Dann solche Wäscheklammern mit einem Weihnachtsmotiv und hängen die Fäustlinge mit der Wäscheklammer ans Geschenkband. Nun kann man die Fäustlinge mit etwas Süßem befüllen. Zum Schluss nur noch aufhängen und dekorieren. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.